Sie hatte Jedem Regisseur In jedem Theater Alles von sich gezeigt Sie hatte jedes Vorsprechen Wirklich jedes Casting Erfolgreich vergeigt Nach ihrem letzten Vorspiel Kam plötzlich ein Brief Wir hätten da ein Angebot Für sie sehr lukrativ Spiel sie doch mal Den Tiger-Cop In Dinner for One Spiel sie doch mal Den Tiger-Cop In Dinner for One Ja, freuen sie sich Denn eins ist klar Sie spielen diese Rolle Mindestens einmal dann im Jahr Ja, freuen sie sich Ja, freuen sie sich Ja, freuen sie sich Dankeschön Das Giga kommt in der Nummer 1. Viva Janur, das Giga kommt in der Nummer 1. Viva Janur, das Giga kommt. Ente in der Nummer 1. Viva Janur, das Giga kommt in der Nummer 1. Das Giga kommt in der Nummer 1. Das Giga kommt in der Nummer 1.